Leute, gestern war wieder ein massiver Tag für sämtliche Krypto-Bullen unter uns, einschließlich mir. Und sorry an jeden einzelnen Krypto-Bären, es kam zu massiven Short-Squeeze. Mega viele Liquidierungen im Markt und von daher mein Beileid, oder vielleicht auch nicht. Wir gehen heute Step-by-Step auf den Bitcoin- und Ethereum-Chart drauf ein, denn wir hatten hier ausführlich gestern in meinem Video drüber gesprochen. Die bärischen Szenarien, das letzte bärische Korrektur-Level musste aus Bullensicht jetzt gebrochen werden, um hier die nächstgrößeren Strukturen zu aktivieren, um letzten Endes diesen bullischen Fahrplan weiter zu verfolgen. Es ist passiert und von daher gehen wir Step-by-Step in diesem Video drauf ein. Und zusätzlich gibt es so viele Szenarien in den Altcoins, Freunde. Dafür dient morgen der Livestream um 20.30 Uhr. Ich freue mich schon drauf. Und von daher lasst uns jetzt keine Zeit verschwenden. Wir gehen direkt in die Charts. Let's get started. Und damit hallo und herzlich willkommen hier zum täglichen Update-Video auf der Krypto Wall Street. Dein Kanal für brandaktuelle Analysen und News zu Bitcoin, Ethereum und Co. Mein Name ist Mo, ich freue mich, dass du heute wieder am Start bist. Und wir schauen mal direkt in die letzten 24 Stunden rein, Freunde. Was ist passiert? Massiver Abwand für sämtliche Kryptowährungen. Und wir sehen es jetzt auch letzten Endes in den 7-Tages-Prozentualen-Change. Hey, wir haben hier endlich mal wieder grüne Kerzen, sage ich mal, grüne Zahlen. Ja, Bitcoin in den letzten 24 Stunden über 6% Gain zwischenzeitlich. Gestern über 10% Gain. Ethereum 5,4% Gain. Cardano, ja, hinkt ein bisschen hinterher mit 2,3% Gain. Binance mit 4% Gain. Ripple mit 4% Gain. Solana macht es mal wieder richtig schön. 9,3% Gain. Polkadot mit 7% Gain. Dogecoin mit knapp 4,5%. Und dabei belassen wir es erstmal. Leute, wir gehen heute Step-by-Step auf diese Charts drauf ein. Wir haben viel zu besprechen. Und deswegen will ich auch keine Zeit verschwenden. Aber wenn dir dieser Content hier auf diesem Kanal gefällt, smash the Like-Button. Abonniere diesen Kanal. Und ganz, ganz wichtig, aktiviere die Glocke, damit du keiner dieser wichtigen Updates mehr verpasst. Und jetzt, Freunde, geht es direkt in die Charts. Starten wir rein mit Bitcoin, Freunde. Und gestern, als die Rakete gezündet worden ist, knapp 12, 13 Uhr, war ich gerade auf der Autobahn nach Hamburg, um mein neues Auto abzuholen. Ich refreshe mein Portfolio. Boom. Gucke, mir fallen fast die Augen aus. Ei. Aber geil. Wir gehen jetzt Step-by-Step auf diesen Chart drauf ein. Wir haben gestern darüber gesprochen, Freunde. Ey, die Sequenz, Ziel-Level einer kleinen internen bullischen Sequenz waren bereits gefinished. Ich habe es euch gesagt. Hey, ich wünsche mir eine Überextension dieser Sequenz. Im Idealfall sogar den Bruch dieses Korrektur-Levels hier in gelbem, bärisches Korrektur-Level, um letzten Endes all out long zu gehen. Und ey, wir sehen es. Es ist passiert. Jetzt müssen wir uns natürlich die Frage stellen, wie geht es weiter. Wir müssen jetzt erstmal den Chart aufräumen hier, Freunde. Wir arbeiten hier sehr, sehr sauber. Nicht mit, ja, mit gar keinen Indikatoren, keine, keine vielen Linien. Also sehr, sehr übersichtlich der Chart. Und von daher, was ich direkt sehe, hey, wir haben eine nächstgrößere Sequenz aktiviert. Wir können auch dieses Bären-Level endlich rausnehmen. Und ich zeichne euch mal die neue, nächstgrößere Struktur ein, Freunde. Und diese Struktur, die ist wirklich massiv und wirklich strong. Wir haben ein wunderschönes Fundament. Wir haben letzten Endes eine lange Konsolidierungsphase gehabt. Und ich habe auch darüber gesprochen, Freunde. Je länger diese Konsolidierungsphase, ja, vonstatten geht, desto mehr Power hat der Markt. Und von daher wurde letzten Endes auch deshalb wahrscheinlich diese Rakete so gezündet, wie sie gezündet worden ist. Weiß man nie. Aber nichtsdestotrotz zeichnen wir uns jetzt erstmal diese Struktur ein. Und wir haben letzten Endes die Sequenz-Zieh-Level dieser nächstgrößeren Struktur bei knapp unterhalb von 50.000 in etwa 49.700. Ich habe aber auch hier drüber gesprochen. Wir haben ein stabiles Fundament. Und von daher kann ich mir auch gut vorstellen, dass wir auch diese Struktur hier leicht überextendieren werden. Also bei knapp 53.000 landen werden. Nichtsdestotrotz, hey, wenn der Markt uns jetzt noch einmal eine Korrektur geben sollte, ist der nächste interessante Bereich für ein Re-Entry-Buy. Dieser folgende, den ich euch einzeichne, Freunde. Play-Limits sind schon platziert bei mir. Ganz wichtig, keine Anlageempfehlung. Meine persönliche Meinung, meine Trade-Erfahrung. Das, was das System hergibt, wie ich handle, hey, ihr wisst selber, die, die mich jetzt hier schon länger verfolgen, performantes System ist echt crazy, wie genau es funktioniert. Und letzten Endes 44.625 in etwa ist der nächste interessante Re-Entry-Buy. Und letztendlich nehme ich jetzt auch mal die letzten bärischen Szenarien hier raus. Wir schauen uns das nochmal kurz übergeordnet an. Denn, hey, auch hier, ihr seht es, Freunde. Wir haben letztendlich wunderschön aus unserem übergeordneten Kaufbereich, den ich euch immer wieder gepredigt habe, die 41.000er-Marke, bin ich schon lange drin, habe ich gesagt, hey, interessante Möglichkeit, hier long zu gehen für, sage ich mal, dein Buy-and-Hole-Portfolio, nachdem dieses Level mehrmals angelaufen worden ist, habe ich gesagt, hey, trade-technisch nicht mehr interessant. Und von daher konntet ihr aber hier hoffentlich eure Portfolien aufstecken. Ich habe es definitiv gemacht. Und von daher, dieses Level jetzt auf den Schirm haben. Ich kann mir vorstellen, dass wir auch direkt durchziehen, diese Level anlaufen werden, um dann die Korrektur einzufahren. Nichtsdestotrotz, wenn es zur Korrektur kommen sollte, dieses Level 44.700 in etwa auf dem Schirm haben. Buy-Limits sind platziert. Springen wir rüber in Ethereum, Freunde. Und, hey, ihr seht es, die Zeichnungen von gestrigen Videos sind noch drin. Ich war gestern nicht an den Charts. Aber das ist das Geile. Hey, auch mit dem System musst du nicht an den Charts sein, um letzten Endes abgeholt zu werden oder im Markt zu sein. Und letztendlich, was ist hier passiert, Freunde? Genau das, was ich gesagt habe, was passieren sollte aus Bullensicht. Hey, wir müssen dieses Bären-Level hier entgegengesetzte Korrektur-Level brechen. Ist geschehen. Und jetzt habe ich auch ebenfalls gesagt, wir müssen auch letzten Endes dieses Bären-Level hier in Orange sprechen. Das ist jetzt, sage ich mal, ein anderes Szenario als in Bitcoin. Hier sind wir, sage ich mal, schon einen Schritt weiter. In Ethereum haben wir jetzt hier an der 66.7er der bärischen Struktur nochmal reagiert. Letztendlich kann ich mir aber ebenfalls gut vorstellen, dass wir es ultimativ brechen werden, um dann letzten Endes, ja, den bullischen Fahrplan auch hier weiter zu verfolgen. Nichtsdestotrotz, Freunde, da habe ich auch gesagt, hier intern war nichts möglich in Form von sequenztechnischer Sicht. Aber, ich zeichne es euch jetzt ein, wir haben auch hier eine wunderschöne Sequenzaktivierung. Wir haben auch hier eine nächstgrößere Struktur aktiviert. Ich zeichne euch sie kurz ein, nämlich folgendes Ding. Wo liegen in etwa die Ziell-Level dieser Sequenz? Bei knapp 3600. Auch hier natürlich wieder sauber arbeiten. Wir zeichnen uns das Ganze in Ruhe ein. Wir wollen einen sauberen Chart haben. Wir wollen keine, sage ich mal, zu viele Indikatoren im Chart haben. Wir wollen keine Support und Resistance Linien drin haben. Wir wollen keine Chartmuster hier einballern. Nein, brauchst du alles nicht. Alles, was du brauchst, liegt letzten Endes im Preis des Marktes selbst. Plus zusätzlich, ihr wisst, ich arbeite mit Fibonacci Retracements, Fibonacci Extensions und Alien Korrekturwellen. So, schauen wir uns das Ding an. Ist die nächstgrößere Struktur. Dieses Level ist noch, sage ich mal, aus Bärensicht valide. Wurde noch nicht gebrochen. Deswegen lasse ich es erstmal noch drin. Nächstesotrotz sehe ich aber auch hier, hey, wir haben auch eine kleine interne Sequenz und von daher fokussieren wir uns auf diese interne Sequenz. Wenn die hier, sage ich mal, nochmal korrigiert werden sollte, dürfen wir uns hier definitiv diese internen Strukturen zu Nutze machen und dann letzten Endes dieses Korrekturlevel hier ziehen. Zeichne ich euch auch kurz nochmal ein. Ich nehme mir einfach die Zeit, hey, dann seht ihr auch letzten Endes, wie man sowas mal einzeichnet. Damit jeder hier ein bisschen was von mitnehmen kann, liegt mir natürlich auch am Herzen, dass ich hier, sage ich mal, keine Selbstbestwachung mache, sondern euch immer wieder was mitgebe. So, wir haben die internen Strukturen und von daher fokussiere ich mich hier selbst auf die internen Strukturen trade-technisch und deswegen ziehe ich jetzt nicht das übergeordnete BC-Level dieser Struktur hier in Türkis. Nein, ich ziehe das BC-Korrekturlevel hier der blauen Sequenz. Und von daher, Freunde, sollte es jetzt zur erneuten Korrektur kommen, Buy-Limits sind platziert bei knapp 3070 US-Dollar. Freunde, auf dem Schirm haben dieses Level. Ist das nächste interessante Re-Entry-Bereich-Level? Nichtsdestotrotz, hey, der Markt hat dieses stabile Konstrukt auch hier. Er kann definitiv auch hier direkt durchziehen, um unsere Sequenz-Level abzuarbeiten, um dann letzten Endes hier das Gesamtkorrekturlevel dieser ganzen Struktur zu bilden, je nachdem, wie hoch der Markt zieht. Freunde, heute gibt es mal keine Altcoin-Analyse hinten weg. Warum? Hey, dafür nutzen wir morgen den Livestream um 20.30. Jeder hat die Chance, seine Altcoins hier nochmal mit mir zu teilen. Hey, welche Altcoins möchtest du morgen analysiert bekommen? Schreib es mir gerne in die Kommentare. Liste ist bereits wieder lang. Ich nehme sie mit auf. Und deshalb, hey, BNB hatten wir drüber gesprochen. Aktivierte Strukturen wurden gefinisht. Boom, Gesamtkorrekturlevel. VeChain das gleiche. Nur kurzes Update zu den Live-Trades, die ich schon gecallt habe. Auch hier aktivierte Strukturen, weitaus überextendiert. Wunderschöner Trade. Wir sind bereits hier drin. Und von daher auch hier, hey, nächster interessanter Re-Entry. Boom. Das Gesamtkorrekturlevel. Und Freunde, hey, wenn dir diese Videos hier gefallen, wenn dir der Content auf diesem Kanal gefallen, diese Trade-Ideen, die ich mit euch immer wieder teile, Live-Trades etc. etc. Smash the Like-Button. Abonniere diesen Kanal. Werde Teil dieser geilen Community, Freunde. Hey, ich bin so dankbar für jeden Einzelnen, der hier den Support da lässt. Wir wachsen täglich, schnellst wachsende Krypto- und Trading-Community hier auf YouTube. Deutschsprachig, prozentual gesehen. Immer, sage ich mal, diese kleinen Einschübe muss ich bringen, sonst, sage ich mal, kriege ich hier wieder irgendwie Feuer von links und rechts. Aber das juckt mich überhaupt nicht, stehe ich drauf. Sehr, sehr geil. Und von daher freut es mich, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Wir geben morgen wieder direkt Gas. Und von daher wünsche ich euch jetzt erstmal einen wunderschönen Samstag, Freunde. Wir hören uns, wir sehen uns. Bis dahin. Ciao.